verloren und wiedergefunden verlorene spielsachen tagebuch warte mal so zack wo ist es denn ziele artefakt a ziele und dann können wir hier umwählen um ja doch so dann haben wir hier artefakte wir haben beim haus dieses kleine spielzeug gefunden ich hatte mal einmal ein ähnliches ich glaube es ist teil eines sets wenn wir noch mehr finden können könnten sie einiges wert sein okay naja dann schauen wir uns noch mal die truhe an er braucht das nicht mehr wir schon ja stimmt wobei es auch grabraubt nach die brücke meinte er okay nein hier ist kein troll ich habe nachgesehen und da ist absolut toll frei kann man sagen auch kein foren troll nix okay wir haben hier einen mechanismus ist hier denn noch irgendwas was von interesse sein könnte eine tür warte da der ist aber kaputt das tor muss irgendwie aufgenio atreos müssen wir mal schauen wie steht das der nero auf ich glaub das nicht der nero steht auf hoffentlich legt er sich nur auf den stuhl und will nicht raus so wir gucken mal ziehen sie mit l an der kette drücken sie zum beenden kreis ah guck mal rechts geht auch auf zielen sie mit l2 und drücken sie er eins um die axt zu werfen ja aber das ist doch ja jetzt müssen wir irgendwie was finden was wir da entweder rein klemmen können oder dass du vielleicht die kette hältst oder aber ja probieren es nochmal ach so jetzt jetzt muss ich kann ich jetzt hier irgendwie okay verkeilen geht nicht da oben ja ein mechanismus ich will aber da rein wahrscheinlich müssen wir echt auf diesen mechanismus da oben werfen ach so dann bleiben wir beide offen nicht doof festgefroren cool dann werden wir erstmal hier die truhe looten und es kommt kohle drin oder was war das ja hacksilber und dann können wir da rein und dann die axt rufen nehme ich mal an gut ne wo gehst du hin ich glaube wir müssen hier lang ja ich weiß aber guck mal junge hier gibt es noch super viel was wir entdecken und mitnehmen können das machen wir natürlich auch das gehört alles zur jagd mit dazu man muss auch geld jagen man muss auch ketten jagen oh oh wie cool auch wie süß die sind aber ein tolles team was gibt es denn hier die explodieren die dinger das sehe ich doch jetzt schon ist rot und ist feuer drauf ah da kommen wir wieder zurück und tja was ist denn hier nischt gesundheit sind wir eigentlich voll kann ich die hier eigentlich nicht kaputt machen war nix drin ok hier kommen wir noch nicht weiter kann ich das aufheben vielleicht ich kann es auch nicht aufheben dann sollen wir hier anscheinend auch wirklich noch nicht weiter kommen außer es geht da oben irgendwie rein ein schild sind wir hier nicht eben runter gegangen sehr viele schilder das sieht aus im schrank junge oh das sind sköld und hati die riesenwölfe die sonne und mond jagen wo kommen sie her wie kamen sie da hoch was passiert da am ende sie fressen sonne und mond und dann kämpfen alle neuer eintrag mehr als nur mythen jeder schrein birgt die geschichte eines legendären riesen in sich alle jötner schreine finden schreine gefunden eins von elf die riesen haben schrein hinterlassen die geschichten aus ihrer vergangenheit erzählen ich habe diese geschichten geliebt wenn sie mutter erzählt hat mal sehen wie viele wir finden belohnung 6000 xp pro schrein 100 nochmal sagenhafte reflexe ach das sind aufträge das sind aber ähm sowas wie herausforderungen ok hier können wir nix machen und ich finde man sieht ja auch schon dass es hier überhaupt nix ausmacht dass wir ein bisschen abseits des weges erforschen das sind so kleinigkeiten die ähm die dann da hoch kommen da komme ich nicht runter ich stecke die axt mal weg da kommen wir bestimmt runter wir sind aber auch von da nicht gekommen oder hau wie das da geht würde ich auch mal gerne wissen wie man da hinten hinkommt vielleicht müssen wir dafür später wieder kommen ich kann das hier doch nicht einfach wegsprengen oder nö ich meine ich konnte es einfach wegsprengen aber das hat überhaupt nix gebracht schade ich gehe mal davon aus dass es später wieder da steht hui da ist atreos schon junge junge das aber das ist aber flott mit am rücken springen das haben die aber auch schon öfter geübt na gut immer noch auf der suche nach dem hirschi hirsch warte sieh nur warte auf mein zeichen ganz ruhig betrachte ihn nicht als ein tier er ist einfach nur ein ziel mach deinen kopf frei fester schnau ruhige haltung wie gemein ich will das gar nicht ach so da muss ich ins zielen raus und los lassen gut auch man tut mir selber weh Ach man, der Arme. Nein, nicht, 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 nicht. Oh, nicht so langsam, Leute, Alter. Och mein Gott. Oh Mann, ey. Aber ich kann sowas auch nicht sehen. Alter. Ätten, den Troll besiegen. Ach du heilige. Atreos Pfeile. Drücken Sie, ähm, Dings, um Atreos Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann, um einen bestehenden Gegner anzuwiesen. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen wurden. Okay, in der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreos abfeuern kann. Es dauert, bis verschlossene Pfeile wieder aufgefüllt sind. Oh, oh. Alter. Wie weiche ich denn aus? Zweimal, ach so. Okay. Scheiße, scheiße. Oh nein, Atreos. Zurück, Junge. Stirb, verdammt, stirb. Na, du. Alter. Alter. Wir haben keine Pfeile mehr und ich brauche dringend was zum Heilen. Da ist was. Ja, komm schon. Bringt das überhaupt was? Nö, ne? Nö, ne? Nicht da! Da, Vorsicht! Ich bin bereit! Kann ich nicht wirklich rennen? Oh. So. Das ist gar nicht mal so leicht. Gar nicht mal so leicht. Okay, wir müssen ihn, glaube ich, mit den Pfeilen ablenken. Und dann können wir ihn von hinten bearbeiten. Und dann können wir ihn von hinten ablenken. So. Na, bleib doch mal hier. Das ist mir ein bisschen zu nah. So, der hat gesessen. Das bringt schon was, ne? Ah, der war daneben. Bist du soweit? Na, das sieht aber nicht so aus. Oh. Fuck. Nein, ich seh nix mehr. Nein. Ich bin beim ersten. Oh Gott. Oh Gott. Schwierigkeit. Oh, danke für den Hinweis. Von komp... Oh, boah. Alter, das gibt's doch nicht. Wie peinlich ist das denn, bitteschön? Ja, ich sag dir, wann du schießen sollst. Ich hätte auch blocken versuchen können, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, Versuch macht durch. Okay, das hat gesessen. Alter. Okay. Ja, wir passen noch auf. Er kann leider nicht. So, wir versuchen es mal ein bisschen weiter weg. Bringt das was? Bisken. Oh, der hat was gebracht. Oh, der hat was gebracht. Ja, nahkampf ist glaube ich echt nicht so gut bei dem Ding. Achso, geht mal her. Alles klar, das sieht aber gar nicht da noch aus. Der hat gesessen. Der hat, glaube ich, auch gesessen. Der sitzt nicht, ich weiß nicht warum. Warum? Töte ihn. Also, rechter Junge soll den erlegen. Drücken Sie R3. Sie haben es gezeigt! Junge! Ich hab keine Angst vor dir! Du bist nichts gegen mich! Junge, sieh mich an! Sieh mich an, Junge! Junge! Sieh mich an! Erledigt! Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir geh' nach Hause! Ich war lange schon nicht mehr krank! Ich kann das! Du bist nicht bereit! IP erhalten. Warum ist er nicht bereit? Oh! Ich will nichts mehr von dir hören. Oh Gott, der Arme. Der hat's nicht leicht. Hier lag ich jetzt nach Hause. Mann. Ja, bisschen enttäuscht. Aber... Bestiarium! Oh, da gucken wir mal rein. Troll. Daudi Kaupenmadre. Ich glaube, der Troll, gegen den wir eben gekämpft haben, war Daudi Kaupenmadre. Mutter hat mir immer Geschichten von ihm erzählt, um mir Angst einzujagen, wenn ich zu weit weggelaufen bin. Ich denke, sie wäre stolz auf mich, aber Vater meint, ich sei nicht bereit, weil ich ein wenig wütend geworden bin. Von mir aus. Ich habe mit ihm einen Troll getötet. Ich weiß, dass ich bereit bin. Mutter hat mir viele Geschichten über Trolle erzählt. Der Name dieses Trolls lautet übersetzt Todeshändler. Mit einem solchen Namen kann man wohl davon ausgehen, dass er ziemlich böse war. Zum Glück haben wir ihn getötet. Okay, weil er ein bisschen wütend geworden ist. Ähm... Ja gut, Wut ist im Kampf. Ah, ich weiß nicht. Manchmal gut, meistens schlecht. Wut ist sowieso. Obwohl, Wut kann auch gut sein. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, aber es kann so sein. Ja, glaubt mir da mal. Es ist so, so. Ich glaube, wir können nicht weitermachen hier. Den Hirsch nehmen wir auch nicht mit. Der hat ihn doch nur so zur Seite gepfeffert. Wo sind wir überhaupt? Ein Wunder! Vielen Dank.